Musik Okay, Musik ab! Das ist das Schöne, wie ein klaunen Kindskopf, oder ehrlich gesagt, nein, wie ein ganz ernster Mensch. Hinzugehen und sagen, ich bin so naiv, ich sage, dieser Satz, dieses Stück, bedeutet jetzt die Welt. Musik 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 Das ist ein relativ harter Beruf, der sehr, sehr wunderschön sein kann, selten. Und wenn, dann will man in diesen Zustand wieder gelangen, weil es halt so schön ist. Es ist nur sehr selten so. Untertitelung des ZDF, 2020